Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Weiterhin tausende Fälle von Rufnummernissbrauch. Belästigende Anrufversuche und unerwünschte Faxwerbung bleiben laut Bundesnetzagentur ein Problem. Ping-Anruf und Drittanbieterabzocke gingen aber wohl zurück. Die Bundesnetzagentur hat nicht nur die Aufgabe, den Telekommunikationsmarkt zu regulieren, sondern dafür zu sorgen, dass Verbraucher vor Belästigung und Kostenfallen geschützt werden. Doch obwohl es dabei Fortschritte gibt, bleibt die Zahl der gemeldeten Fälle weiterhin leider sehr hoch. Zum letzten Jahresende hat die Bundesnetzagentur nun aktuelle Zahlen vorgelegt. In einigen Bereichen besteht aufgrund gesetzlicher Vorgaben tatsächlich die Chance, dass sich die Verhältnisse ändern werden. Die Bundesnetzagentur rechnet auch in diesem Jahr mit über 90.000 schriftlichen Beschwerden zum Thema Rufnummernmissbrauch. Bis zum 15. Dezember 2020 seien bei der Behörde 88.541 schriftliche Beschwerden und Anfragen zu Rufnummernmissbrauch eingegangen. Jeweils über 25.000 Eingaben betrafen dabei offenbar belästigende Anrufsversuche und sogar nach wie vor unerwünschte Faxwerbung. Die kostet sogar richtig Geld, weil da wird die ganze Zeit auch noch was ausgedruckt, wenn man ein analoges altes Faxgerät zu Hause rumstehen hat. Und ich kann euch aus meinen Ausbildungszeiten sagen, die nun schon einige Jährchen zurückliegen, die Faxwerbung, die es damals gab in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, die war damals schon unfassbar nervig. Da ständig Faxe reinkamen und man eigentlich noch die Papierrollen, also ganz früher waren das ja noch Papierrollen, wie so ein Kassenbon in Breit, das musste man ständig austauschen. Und das ging richtig ins Geld, weil permanent irgendwelche Faxe reinkamen mit Müllwerbung. Naja, und ihr könnt euch vorstellen, Papier auf eine Rolle ist nicht gerade günstig. Und wenn man jedes Mal aufspringt und losrennt, um das Faxgerät irgendwie abzuschalten, damit da nicht noch mehr Seiten rausgedruckt werden, tja, das kann schon echt nerven. Zur Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch hat die Bundesnetzagentur nach eigenen Angaben bereits über 700 Rufnummern abgeschaltet und zu rund 55.000 Rufnummern Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbote erlassen, also Inkassierungsverbote, dass man ja eben dafür keine Rechnung mehr gestellt bekommt. Die Webseite telltarif.de berichtet hierzu immer wieder über einzelne Fälle. Erneut sollen laut der Behörde, insbesondere in Hacking-Fällen, unberechtigte Zahlungen in erheblichem Umfang aufgehalten worden sein. Vermutlich meint die Bundesnetzagentur damit geheckte Router, also euer Internetgerät, zu Hause, von denen aus die Angreifer dann teure Auslandsgespräche provozieren. Also auch sowas gibt es. Ein interessantes Detail im Jahr 2020. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zahlen der Beschwerden konnte die Behörde nicht verzeichnen. Die Bundesnetzagentur sei jedoch in Fällen eingeschritten, in denen Verbraucher im Zuge situationsbedingter Stornierungen von Flügen oder Urlaubsunterkünften erhebliche Kosten durch den Einsatz rechtswidriger Warteschleifen entstanden sind. Ja, also ihr ruft irgendwo an und es wird im Minutentakt abgerechnet. Einen derartigen Fall bei der TAP Air Portugal hat teltarif.de aufgedeckt. Kann man auf der Webseite von teltarif.de mal nachlesen. Und tatsächlich, gesetzliche Regulierungen zeigen langsam Wirkung. In einigen Bereichen meldete die Bundesnetzagentur aber auch eine signifikantere Besserung. Ein deutlicher Rückgang der Beschwerden sei im Bereich der Ping-Anrufe, also das, was ich euch im letzten Video erzählt hatte, verzeichnet worden. Das heißt, diese Anrufe, wo man angerufen wird, keiner ist dran, man ruft zurück und dann ist es eine ziemlich teure Service-Hotline aus dem Ausland. Das gibt es so nicht mehr so oft in Deutschland. Allerdings kommt es auch heute noch vor. Nach über 31.000 Beschwerden im Vorjahr, also 2020, hatte die Behörde bisher nur etwa 6.500 Beschwerden zu diesem Themenbereich in diesem Jahr. Zum Schutz der Verbraucher habe im Jahr 2020 auch die Anordnung der Bundesnetzagentur gewirkt, nach der in Mobilfunknetzen für bestimmte auffällige internationale Ländervorwahlen eine kostenlose Preisansage geschaltet werden muss. Das heißt, wenn ihr über die Telekom telefoniert oder wo auch immer, kommt eine automatische Ansage, dass dieser Anruf eben XY kosten wird und erst dann wird die Verbindung überhaupt aufgebaut. Das heißt, man kann hier technisch schon etwas tun, um einfach die Opfer im Voraus zu warnen, indem halt die Telekom oder die anderen Telekommunikationsunternehmen einfach eine Ansage davor schalten. Man kennt ja die Rufnummern, die sind ja im System erfasst und irgendjemand muss ja die Rechnung stellen. Das ist euer Telekommunikationsanbieter. Ja, und der weiß ja auch, was es kosten wird, wenn ihr da anruft. Und der kann euch das natürlich automatisch vor dem Anruf eben auch durchsagen. Im Februar 2020 sind, wie berichtet, verschärfte Vorgaben zum Bezahlen über die Mobilfunkrechnung in Kraft getreten. In der Folge seien die Zahlen der Beschwerden über die Drittanbieterleistungen im Mobilfunk deutlich zurückgegangen. Das Beschwerdeniveau liegt derzeit bei rund 25 Beschwerden im Monat und damit bei einem Drittel des Vorjahresdurchschnitts, also empfindlich weniger. Alle Maßnahmen der vergangenen sechs Monate veröffentlicht die Behörde, also die Bundesnetzagentur, wie immer auf ihrer eigenen Maßnahmenliste zum Rufnummernmissbrauch auf ihrer eigenen Webseite. Trotz zahlreicher Bemühungen von Politik und Verbraucherschutz gibt es aber immer noch unerwünschte Abofallen auf Handyrechnungen oder eben am Telefon. Passt daher auf euch auf und schaut, dass ihr eure Familie und alle Mitglieder eben immer darüber informiert, was so die aktuellen Maschen sind und wenn man selber so einen Anruf bekommt, immer im Hinterkopf behalten und dementsprechend natürlich die ganze Familie darüber unterrichten. Ich hoffe, euch hat das kleine, kurze Infovideo gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Video nicht zu teilen und zu verbreiten über WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter und was es da so alles gibt. Den Kanal abonnieren wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du neu bist. Und jetzt findest du hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.